Lebewohl, König Schönhaar. Eivor sagt Lebewohl zu König Harald in Nordwege. Ja, in Nordwege wissen wir ja, wo es ist. Und wir gucken noch mal das Bild an, was wir hier bekommen haben. Wir haben ja diese tolle Items, wie ich schon sagte, die Fragmente oder so, haben wir ja bekommen. Gucken wir uns das mal an. Lebewohl, König Schönhaar. So, da sehen wir ja dieses Langhaus. Mal gucken. Hoffentlich machen wir mich jetzt nicht zum Löffel. Ich weiß nicht mehr so genau, wo der Ort ist. Gehen wir mal zum Atlas. Nordwege, Rhein. Da kann ich jetzt erstmal nur reisen. Komm, erstmal jetzt Nordwege, neue Ladescreen. Ist das hier schon? Nee, ne? Öffne die Karte, um mein Ziel zu finden. Also mich hat es ja jetzt hier rausgehauen. Das ist ja hier der Startpunkt, wo man hier quasi anfängt. Und man sieht hier auf jeden Fall, das ist der Ort nicht. Den hätte ich auch nicht angewählt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das war hier. Weiß ich nicht. Vielleicht ist noch was hängen geblieben. Die Erinnerung später ist nahe dem Thron des Königs von Nordwegen. Von Norwegen. In Hörderfilki. Ach, in Hörderfilki. Ja doch, das ist doch dann hier. Ja, genau. Nahe dem Thron des Königs. Also ich denke, also ich wäre jetzt auch hierher gegangen. Oder gibt es ja noch einen anderen Ort? Nee, ne? So, wir gehen jetzt einfach. Schnellreise. Buggy. Ja, tatsächlich. Sühnen findet was. Und das ist hier oben. Also wir müssen hier hoch. Und sehen wir das schon von hier aus? Also ich sage mal so, die Synchronisierreihe, diese Einungsfragmente oder was auch immer das ist, die sind nicht so schwer versteckt. Also das kann man auf jeden Fall locker hinkriegen. Falls ihr euch fragt, ja, ich möchte ja jetzt auch das letzte Kapitel spielen, gerne nochmal bei mir in den Community-Tab reinschauen, um zu erfahren, was ihr für Voraussetzungen, oh Scheiße, erfüllen müsst. Jetzt haben mich die drei hier fast eingekreist. Das wäre natürlich wieder ein schöner neuer Bug gewesen. Was ihr da für Voraussetzungen erfüllen müsst. Ihr müsst eigentlich im Großen, im Ganzen, um das jetzt nochmal hier kurz zu erwähnen, fast alles eigentlich dann abgeschlossen haben. Also so viel ist schon. Ihr müsst schon sehr, sehr weit sein. Ich bin hier natürlich schon mit über 300 Stunden schon sehr weit. Genau. Und da gucken wir mal. Vielleicht stellen wir uns jetzt nicht gleich ganz so blöd an. Wie gesagt, so schwer sind die Dinger ja nicht. Ach hier, direkt am Eingang. Das ist ja geil. Los geht's. Nur noch ein bisschen weiter. Der junge Harald hat sich in unserer Abwesenheit durchaus einen Namen gemacht. Ja, zwölf oder dreizehn Jahre sind es hier. Sieh gut. Eivor. Was für eine Freude. Kommt. Ich hörte von eurem Besuch, aber so bald hätte ich euch nicht erwartet. Starke Männer drängen sich um eine Karte, ihre Augen so hungrig wie ihre Bäuche. Alles genau wie früher. Ja. Mein halbes Leben habe ich besorgt auf hastig gezeichnete Karten gestarrt. Doch dies ist kein Land, das wir erobern wollen, sondern eines, das Hilfe braucht. Island? Ja, unser Freund Ingolf ließ uns wissen, dass eine neue Siedlung in Gefahr ist. Kalte Winter und eine schwelende Blutfäde. Ich habe ihm Vorräte und Männer zugesichert. Genug, um Frieden zu bringen und den Winter zu überstehen. Eivor. Möglicherweise ist es ein Segen von Thor selbst, der dich ausgerechnet heute hierher geführt hat. Würden dein Bruder und du dieses Unterfangen für mich leiten? Ich kann mir für diese Aufgabe niemand Besseres vorstellen. Eivor, das ist Schicksal. Ich sehne mich nach solch einem Abenteuer. Sag mir, was du denkst. Lässt sich dein Herz für eine weitere Reise entfachen? Ich bin dankbar für das Angebot, aber ich bin nicht hier, um ausgetretene Wege zu beschreiten. Ich bin hier, mich zu verabschieden. Ein für allemal. Ein für allemal? Willst du Englerland auch verlassen? So ist es. Gen Westen. Nur mit mir als Begleitung in Lande, die sich auf keiner Karte finden. Zu welchem Zweck? Das weiß ich erst, wenn ich angekommen bin. Lasst uns nicht davon reden. Heute möchte ich Zeit in Gesellschaft derer verbringen, die ich liebe. Und Geschichten von früher erzählen. Wie viel früher? Sehr, sehr viel früher. Verstehst du? Onkel, schick die Leute weg. Und bring mit und gebratenen Finnwahl für drei. Also, wo fange ich an? Auch das war die Quest, liebe Wohl König Schönhaar. Und jetzt haben wir alle Quests quasi, die wir jetzt gleich bekommen haben, direkt am Anfang, haben wir jetzt abgeschlossen. Ge uniqueness. Und dann sam naive.